Hi Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge Tribute von Warhut 3. Mit dabei ist natürlich Snoopy. Hallo. Und wir probieren dieses Mal mehr auf die Reihe zu bekommen als die letzten beiden Folgen. Sollten erst mal rauskommen. Genau und viel Spaß in meiner Folge. Wir joinen. Oh, ich war schon vorher gejoyed. Also nicht viel vorher. Ah, ich muss meinen Discord noch auf Rot stellen. So, hi. Boah, bei mir hängst du halb im Block. What the fuck? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Äh. Habe ich Optifine drin? Ah ne, jetzt nicht mehr, lol. Ähm. Ah nein, meine... Ich habe meine FOV falsch. Ach so. Ich habe gestern was aufgenommen mit FOV 30 oder so. Oh, man. Okay, okay. Sagen wir gehen nach oben, ne? Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß aber nicht was. Also Aufnahme läuft, richtiges Tector Pack ist drin. Alles super. Wir brauchen jetzt ganz viel Holz und Essen und dann müssen wir wieder runter. Sehr gut. Kannst du schon mal Holz kam? Wollte gerade vorschlagen, ja. Dann baue ich ja schon mal ab. Nacht auf jeden Fall. Oh, ne. Ich würde sagen, dann sollten wir eigentlich vorher runter. Ich habe jetzt... Ja, ich habe vielleicht ein Stack. Also ich habe jetzt 14 rohes Rindfleisch, ein rohes Hühnchen, drei rohes Hammelfleisch und ein gebratenes. Noch. Ich würde behaupten, das reicht erstmal, oder? Ja. So lange wir nicht krass in Lava fallen oder so. Ja, okay. Wenn du das sagst. Ne, ich war noch nie, glaube ich, fürs Essen verantwortlich. Wow. Okay, ich habe das Meer gefunden. Bist du an der Küste? Ja, also ich bin noch an der Küste. Hier sind noch richtig viele Hühner, die hole ich mir noch. Okay, fuck. Ich sehe dich nicht. Ich sehe nur einen Delfin. Und ich sehe ein Skelett. Äh, ich sehe ein Schwein. Ja, warte, ich mache kurz auf. Okay, dann muss ich ein bisschen nach... Da, ja, dann sollte ich dich gleich... Fuck, der ist ein Creeper, der hat mich gesehen. Hier sind zwei Creeper. Scheiße, hier sind drei Creeper. Sehst du das? Ich hoffe. Ich sehe halt auch einen Creeper. Aber ich sehe dich nicht. Ich bin jetzt ein Berghofer. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, Phantom! Ich sehe dich nicht, ich sehe dich, ich sehe dich. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 wohin? Bau dich ein, bau dich ein, bau dich ein, bau dich ein. Ich sehe deinen Name-Tag, ich sehe deinen Name-Tag. Ne, wie? Hi, warte, ich brauche mich zu dir. Hi. Hello. Scheiße, Tum. Aber allein wäre halt hier, egal. Na, dann bauen wir uns hier halt runter. Ich höre Lava. Oh, oh, ich habe Angst. Sind wir schon auf der richtigen Höhe? Nein, wir sind gerade auf der Höhe 38. Scheiße, waren wir auf dem Berg immer noch? Ja. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Tanken! Nein, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Ähm, soll ich dann Schuhe als nächstes machen? Leute, wie viele haben wir noch? Ganz gut. Na, ich bin, vier, fünf. Ne, sechs. Ne, sechs. Sechs plus ... Drei, ich kann nicht mehr rechnen. Neun. Neun plus acht sind ... Ich kann nicht mehr rechnen. 17. Damit könnten wir zwei Helme und eine Hose noch machen. Guter Plan? Mhm. Okay, ich glaube, ich habe mich verrechnet. Cool. So, wir haben jetzt schon eine Hose und einen Helm und er dürfte immer noch genug sein für mehr als einen Helm. Nee, passt. Zwei Hose... Ja, egal. Ich... Ja. Hm. Ich habe es fast geschafft. Ich bin stolz auf dich. Solange jetzt nicht noch ein Skelett um die Ecke gerasht kommt und mich erschießt, würde ich sagen, ich bin safe. Bei dir das gleiche. Ja, hier kann kein Skelett... Oh. Ich wollte noch Labis abbauen! Connection Lost. Okay, wir haben die Folge überlegt und wir haben zumindest ein bisschen was geschafft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!